Willkommen zu einer weiteren Folge Duologie, Thema der heutigen Vorlesung, das Fire King Deck. Bevor wir bei den Fire Kings kommen, erstmal die Kaijus, denn es werden keine Kaiju-Zählmarken platziert, entsprechend haben allesamt den gleichen relevanten Effekt. Sie können ein gegnerisches Monster opfern, um sich auf die gegnerische Seite spezial zu beschwören. Hat der Gegner einen Kaiju-Monster, kann man sie einfach so auf die eigene Seite beschwören. Jeder Spieler kann immer nur einen Kaiju-Monster auf einmal kontrollieren und Gardala ist in diesem Fall der Spinne vorgezogen worden, weil er Stufe 8 hat. Man kann aber auch die Spinne spielen. Richtig. Alle anderen Effekte der Kaiju-Zählmarken sind nicht, ansonsten unterscheiden sie sich in diesem Weg nur über ihre Spürwerte. Dann, Feuerkönig Hocherautagerunix. Wenn er durch die Effekte zerstörfelt, kommt er in den nächsten Stand-by-Phase wieder und dann rippt das ganze Feld außer ihm, also alle Monster außer ihm. Wenn er durch Kampf zerstörfelt, kommt ein anderer Feuerkönig aus dem Deck. Dann, Feuerkönig-Avatar Yaksha. Wenn ein offenes Feuerkönig-Monster durch Karteneffekt zerstört wird, kann man ihn aus der Hand specialen. Wenn er irgendwie zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kann man eine Karte auch von Hand oder eigenem Feld zerstören. Gebt nochmal pro Zug. Dann, Barok. Wenn er durch, äh, wenn, äh, wieder, wenn ein Feuerkönig-Monster durch Karteneffekt zerstört wird, kann man ihn specialen. Ähm, wenn er durch Karteneffekt zerstört wird, kommt in der nächsten Stand-by-Phase, äh, in der nächsten eigenen Stand-by-Phase, eine Feuerkönig-Karte vom Deck auf die Hand. Ja, das sind so die drei Feuerkönig-Karten, die sind immer dreimal Pflicht, Punktende. Dann, Coach-Soldat Bellwolf kann einmal pro Zug ein Feuer-Monster vom Typ Ungeheuerkrieger der Stufe 4, exakt 4, ist hier irrelevant, aber trotzdem drauf achten, im Friedhof wählen und ohne Effekt Spezial beschwören. Mit anderen Worten, eine freie Vierer-Exis. Ja, und dann noch zweimal der Bär, um die Monster abzurunden, einfach, ähm, Tankies raussuchen und, ja. Ansturm der Feuerkönige beschwört auf ein leeres Feld, also leeres eigenes Feld, und der Gegner hat Monster, äh, ein Feuerkönig aus dem Deck, der in der Endphase zerstört wird, deswegen hier damit quasi immer, quasi, manchmal gibt es Ausnahme, aber quasi immer Garunix geholt wird. Ja, dann ein Terraforming auf zweimal den Field-Spell, weil wir den Field-Spell nicht schießen und deswegen nicht dreimal Field-Spell, sondern ein Terraforming zweimal Field-Spell spielen. Den Field-Spell erklären wir dann natürlich noch später. Ja. Äh, Rekindling belebt alle Feuermonster mit 200, äh, Death als Spezialbeschwörung vom Friedhof, also sprich, alle Yakshas, die gerippt sind, und alle Barongs, die gerippt sind. Dann, ähm... Werden aber in der Phase verbannt, also wenn man die Effekte haben will, gucken, dass man sie noch im eigenen Zug selbst schießt. Ja, oder einfach angreift, tot. Die beiden Möglichkeiten gibt es, die Karte effektiv zu nutzen. Ja. Exchießbeschwörung machen geht auch. Ja. Dann Interrupted Kaiju Slumber, man zerstört das ganze Feld, und... Also Monster. Ja, und dann kommt ein Kaiju Monster mit unterschiedlichem Namen auf jede Spielfeldseite. Bei mir sind es zwei. Also, ja, jeweils. Jeweils eins. Oder zusammen zwei, aber unterschiedlicher Name, das ist wichtig. Genau. Deswegen auch keine drei Gamesials. Ähm, dann, während deiner, während der eigenen Mindphase, außer in dem Spielzug, in dem der Slumber auf dem Friedhof gelegt wurde, kann man ihn verbannen, um einen Kaiju Monster rauszusuchen. Wichtig jetzt? Wird eher selten passieren. Ähm, doch wird es. Eher selten. Ähm, wichtig jetzt ist, den Effekt von Kaiju Slumber, also den ersten Effekt, kann man nicht benutzen, wenn einer von beiden Spielern einen Kaiju kontrolliert. Denn es ist ja theoretisch möglich, dass irgendein Kack passiert, dass das Kaiju den Crush überlebt, und dann hätte er durch diesen Effekt dann zwei Kaijus auf dem Feld, was ja nicht geht. Deswegen funktioniert das nicht. Ist genau das gleiche Prinzip, aus dem man Emeril nicht aktivieren kann, wenn man nur zwei Monster im Friedhof hat, auch wenn natürlich eben klar ist, dass man durch den Effekt von Emeril ein drittes Monster abhängt, das dann im Friedhof ist, oder man Lumina nicht aktivieren kann, wenn man noch keine Light Swans im Friedhof hat, auch wenn man das Light Swans dann abschmeißt, um es dann wiederzuholen. Ja, ist das Prinzip auch. Es sind drei Karten drin auf vier Kaijus, das heißt, einer ist auf jeden Fall tot. Das Deck geht davon aus, dass man A, nicht alle drei zieht, und B hat man den Twin Twister. Genau, weil Backroll Removal, weil Backroll stört. Richtig, denn wir spielen keinen Neftis, und irgendwie muss man mit Zauberfallenkarten dealen, und deswegen hat sich der Twin Twister da am ehesten angeboten. Ja, aber das Problem bei Neftis ist, er kommt nicht durch, wenn der Gegner mehrere Backroll-Karten hat. Siehe, Yu-Gi-Oh!-Folge von gestern. Damals erklärt, nicht, dass es passiert, aber damals erklärt. Ja. Dann, Kreis der Feuerkönige. Dreimal, man nimmt ein eigenes Feuermonster und eines im Friedhof, zerstört das eigene und holt das aus dem Friedhof wieder. Und ja, hält damit quasi die Rotation am Laufen. Mhm. Tanky sucht ein Ungeheuerkrieger, die Stufe 4 oder Niedriger raus, also sprich Bär, Coach, Soldat, Barong oder Yaksha. Äh, außerdem kann man mit Kreis natürlich auch überraschenden Burst-Damage drücken, weil Schnelleffekt, also sprich während der Battle Phase, man rennt mit seinem Garunix rein, Kreis zerstört ihn, holt den nächsten Boots nochmal 2,7. Ja, oder 3000, weil das ist auch ein Feuermonster. Richtig. Und er ist ein Dinosaurier. Mhm. Was auch immer das damit zu tun hat. Ja. Er ist ein Dinosaurier, er muss cool sein. Wenn du meinst. Tanky ist auf jeden Fall der Grund, warum der Bär gespielt werden kann. Genau. Sucht Ungeheuerkrieger raus, also hier Yaksha, Barong, Bellwolf und Bär. Und ist halt Material für Bär, damit er Monster schießen kann. Dann Insel der Feuerkönige, hat zwei Effekte, in der Säule 3. Einmal den passiven Effekt, das werden sie offen in der Spielfeldzone, auf den Friedhof gelegt oder verbannt wird. Also auf die Hand zurückschießen zählt nicht. Friedhof gelegt oder verbannt. Werden alle eigenen Monster zerstört. Und dann zwei aktive Effekte, von denen einer pro Zug aktiviert werden kann und den Zug auch nur einmal. Während der eigenen Mindphase kann man ein Monster von Hand oder eigenem Feld zerstören und dann einen Feuerkönig vom Deck auf die Hand nehmen. Falls dann kein Monster kontrolliert, kann man ein Feuermonster vom Typ Geflügeltes Ungeheuer von der Hand spezial beschwören. Also sprich den Garunix. Ja, wie gesagt, zweimal das Island und dafür ein Terraforming, weil wir, wie gesagt, keinen Neftis spielen. Und somit das Island nicht aktiv crushen. Wäre ein Neftis drin, würde man dreimal Island spielen. Ja, dann drei Strike ohne Warning, weil Standard Traps und ja. So, extra Deck ist einfach nur, also die Stufe 8er oder Rang 8er werden selten gerufen werden, aber es kann mal vorkommen. Deswegen hier halt die drei mitunter stabilsten. Hopparbringer und Felgrant liegen sehr solide. Und Riesenfleischwolf kann doch mal gut Schaden drücken und gut Schaden anrichten. Ja, vor allem mit Kaijus ist es halt sehr lustig, weil du halt, nehmen wir an, du hast, äh, nehmen wir an, du kannst irgendwie ein Garunix Special, dann kannst du halt Slumber machen, dann ein Garunix Special, äh, Fleischwolf, rippst den 3000er, dem du den Gegner gegeben hast und drückst ihm, äh, und drückst ihm erstmal 2, äh, und, äh, ja. Ne, du drückst ihm dann keinen Schaden, weil es kein Exis-Monster war, aber es ist halt gut, um Fields zu brechen von, ähm, Decks, die auf viele Exis-Monster gehen. Und grundsätzlich, um Fields zu brechen. Dann, was den Dark Rebellion, den Kastel und den Dweller angesehen als Standardgedöns, äh, 101 hat, ist halt, a, ein bisschen Flexibilität zum Kastel, b, hat man den Platz und c, ist so eine Halbsynergie da, weil es durch Garunix nicht kaputt geht. Ja, Kern-Gorgon quasi um den eigenen Garunix in der Theorie vor dem Kastel zu schützen, in der Praxis einfach deswegen, weil irgendwie muss man das Extradeck erfüllen. Erstens und zweitens hat er zusammen mit der Riesenhand die einzige proaktive Karte im Deck. Richtig. Und dann zweimal Direwolf, weil man seinen eigenen Ungeheuerkrieg, also sprich seine eigenen Barons und Yakshas damit wegschießen kann. Oder sogar theoretisch den Garunix. Ja. Dann den Heartland Draco, weil man Tanky hat und deswegen er nicht angegriffen werden kann. Genau. Also man hat permanente Zauberkarten, da bietet sich Heartland Draco immer an. Und dann noch der Tigerkönig. Weil er einfach gut ist und hier kann man ihn halt rufen. Ja, genau. Ja. Aber das Extradeck darauf liegt nicht der Fokus. Nein. Und Emerald halt nochmals mal laut auf Steam gehen sollte und alle Schicke reißen. Ja. Und man kann in diesem Deck übrigens, was mir gerade einfällt, was wir jetzt nicht gemacht haben, man kann in diesem Deck ganz großartig die Skilldrain spielen. Kann man machen, muss man nicht. Weil wenn man Skilldrain hat, hat man halt A den Vorteil, dass man auf dem Feld nicht so viele aktiven Effekte benutzt. Man kann ganz gut spielen, wenn Skilldrain leakt und viele Gegner sind halt dann so, ja, GG hast gewonnen. Bär und Bellwolf gehen nicht, aber Garunix, Yagdschabarung, der ganze Kacke geht immer noch. Die Kaijus haben sowieso auf dem Feld keinen Effekt, wenn man keine Spielmarken hat. Oder Zählmarken hat. Entsprechend sind die ja nur auf der Hande interessant und da gilt Skilldrain auch nicht. Ist also eine Karte, die man, wenn man den Platz findet, durchaus reintun kann. Muss man nicht, aber es ist seine Berechtigung dafür, da die Karte reinzustunen. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon durch. Richtig. Arcville-Taktik hat das Deck jetzt nicht unbedingt, das zerstört halt und macht dadurch noch mehr kaputt. Ja. Ja. Man guckt halt, dass man den Garunix wirklich schnell rauskriegt und dann kaputt macht und dann immer wieder kaputt macht und den Gegner irgendwann zu Tote kaputt macht. Ja. Das ist die ganze Taktik. Alle Karten sprechen eigentlich für sich, es gibt nicht großartige Kombinationen. Klar sollte man mit dem Island meistens mehrere Karten mit kombinieren, aber das ist A. offensichtlich und B. nichts Spezifisches, da das alles irgendwie miteinander funktioniert, egal wie oben man es macht. Ach so, die Kaijus bitte wirklich, wenn man sie auf der Hand hat, nur benutzen, um Monster wegzutributen, die nicht zerstört werden können, weil alles andere kriegst du mit Garunix eh weg. Ja, also wirklich Kaijus für die harten Bossmonster aufheben. So ein Dark Destroyer oder so habe ich gehört, mag das gar nicht, wenn er zerstört wird. Aber nicht, wenn der Gegner Backroar hat, weil dann wird da ein Call dabei liegen. Ja. Gut, dann endet hier mit dieser etwas kürzere Duologie. Ja, wo es nichts zu sagen gibt, gibt es nichts zu sagen. Richtig. Wenn ihr Deckwünsche habt, dann in die Comments. Ansonsten werde ich euch nicht erfordern, einen Daumen nach oben zu geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.